Okay, also wir singen ein Vierviertel mit acht Takten, ich beginne im Auftakt und ihr steigt dann ein, also los. Ich steh im Garten, hab nen Warten. Ich könnt ihn braten, will aber lieber noch warten. Also Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das war doch verdammt geil, oder nicht? Scheiß, oder ist geil? Mann, verdammt geil! Davis Schulz.